Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Die PDX.com steht vor der Tür und insofern gibt es einiges zu besprechen und dazu soll dieses Video dienen. Ja, dieses Wochenende geht's los in Stockholm, Sonnabend Sonntag. Ich bin natürlich wie beim letzten Jahr wieder mit dabei und wir alle warten schon darauf, denn da wird Großes angekündigt vermutlich. Dazu kommen wir gleich. Ich bin nicht nur am Sonnabend Sonntag da, sondern schon vorher. Ich fliege am Donnerstag, denn ich darf wieder teilnehmen an diesem Medientag für Journalisten und YouTuber, wo wir schon mal einen exklusiven Vorabeinblick bekommen in die diversen Projekte, Spiele, die dann auch am Wochenende vorgestellt werden. Es gibt da aber diesmal eine Besonderheit, denn beim letzten Mal hatten sie an diesem Freitag, das war auch schon am letzten Mal der Tag, eine Pressekonferenz gehabt und dort schon alles verkündet. Das wollen sie diesmal ein bisschen geheimer halten. Das heißt, diese Medienvorstellung ist unter der Voraussetzung, findet die Stadt, dass wir alle unsere Klappe halten. Also wir müssen da was unterschreiben, dass wir nichts sagen dürfen und natürlich werde ich mich daran halten, damit am Sonnabend, auch wenn die Fans da sind, das finde ich auch völlig in Ordnung, wird es dann eine große Pressekonferenz geben. Ich glaube so 11 Uhr bis 12 Uhr 30, wo dann alle Sachen offiziell angekündigt werden. Aber dennoch freue ich mich auf die Gelegenheit, schon mal näher in die Sachen einzutauchen, sodass man dann im Nachhinein auch vernünftig darüber berichten kann. So, also das erstmal zum Grundsatz. Falls ihr dort sein solltet, auf der PDX-Con am Wochenende und ihr mich seht, sprecht mich gerne an, dann können wir einen kleinen Schnack machen. Ich denke, da habe ich auch genug Zeit. Ich mache ein paar Interviews, aber ansonsten nehme ich da ganz normal als Teilnehmer auch an den Panels und so weiter teil. So, jetzt ist das Spannende, was erwartet uns denn eigentlich dort? Und viele wissen das, aber nicht alle, deswegen will ich das nochmal aufdröseln. Paradox besteht im Prinzip aus zwei Firmen oder zwei Einheiten. Einmal PDS, das Paradox Development Studio, das ist das. Das sind die Leute, die unsere tollen Spiele, die wir so alle lieben, machen. Europa und Visales, Crusader Kings, Hearts of Iron und so weiter und so fort. Da sind also, ja, die meisten kennen Paradox daher, aber Paradox ist auch gleichzeitig, und das ist der zweite Teil, Publisher. Sie veröffentlichen also auch Spiele von anderen Entwicklungsstudios, zum Beispiel kürzlich Battletech oder Surviving Mars oder City Skylines und so weiter. Und das kann man gerne durcheinander bringen, wenn man davon redet, ein Paradox Spiel, was meint man damit eigentlich? Also dessen muss man sich bewusst sein. Und diese Convention ist natürlich, dient für beide Teile als Präsentationsbühne. Deshalb können wir also von beiden Aspekten Spiele dort erleben. Es werden mit Sicherheit DLCs angekündigt werden zu Spielen des Publishers. Also vielleicht, also ich gehe mal davon aus, aber vielleicht neue Content für Surviving Mars oder Battletech sogar. Die sind auf jeden Fall da. Aber auf jeden Fall wird es auch ein Spiel angekündigt, ein Spiel wird auch angekündigt werden für Paradox als Publisher. Und zwar hat Paradox vor einiger Zeit die Triumph Studios gekauft. Und das sind diejenigen, die Age of Wonders, die Age of Wonders Reihe machen. Kann ich euch kurz mal hier zeigen. Ein wirklich tolles 4X-Runden-Strategie-Spiel. Passt, wie ich finde, ganz gut in das Portfolio von Paradox. Und die kündigen also ein neues Spiel an. Ob es Age of Wonders 4 wird? Keine Ahnung. Es ist irgendwie zu vermuten, dass es eine Runden-Strategie, eine Hexfeld-Strategie wird. Vielleicht im Fantasy-Setting. Also ich bin gespannt, was da kommt. Und auch wenn das nicht Hauptthema meines Kanals ist, das werde ich mit Sicherheit dann auch mir genau angucken und verfolgen. Dann wird es sicher zu den anderen genannten Spielen vielleicht noch was geben. So, das ist das eine. Publisher. Jetzt aber das, was uns vielleicht am meisten interessiert. Paradox als Entwickler. PDS. Wir können natürlich davon ausgehen, dass zu allen Spielereien wieder neue Content vorgestellt wird. Die vielleicht neue DLCs angekündigt werden für, vielleicht das letzte für Cruiser the Kings 2. Vielleicht EO 4 das nächste. Für Stellaris haben sie ja schon was angekündigt. Hearts of Iron. Also das werden sie natürlich nutzen als Plattform für diese Spielerei. Aber, aber, und wenn wir ehrlich sind, das alles ist schön und gut, aber am Endeffekt ist es Beiwerk. Denn wir alle warten seit langem auf ein neu angekündigtes oder ein neues Spiel von PDS. Eine Fortsetzung einer alten Reihe, vielleicht eine ganz neue IP, wer weiß es schon. Es wird auf jeden Fall etwas angekündigt. Und das ist schon ein großer Moment, weil das letzte Mal, dass PDS ein neues Spiel angekündigt hat, das war vor fast drei Jahren. Das war Stellaris im Jahr 2015. Also insofern wirklich eine große Nummer. Und das ist auch deshalb wichtig für mich und für den Kanal, weil das natürlich jetzt die nächsten Wochen und Monate prägen wird. Dazu muss man sagen, warum ist eigentlich diese Lücke so groß mit diesen drei Jahren? Sie haben nach Stellaris und nach Hearts of Iron, da gab es ja Probleme mit dem Release-Datum. Dass sich das immer wieder verschoben hat. Sie haben da einen Strategiewechsel, haben sie dort unternommen, weil sie jetzt nur noch relativ nah am Release ihre Spiele ankündigen werden. Insofern, das ist schon mal die erste Vermutung, die ich hier äußere. Dieses Spiel, was angekündigt wird, damit können wir vielleicht auch zum Ende des Jahres dann auch rechnen. Schätze ich so ein. So, was wird nun angekündigt? Das weiß natürlich niemand. Die halten da auch wirklich gut dicht. Nicht Respekt angesichts der Tatsache, dass die Firma ja doch sehr gewachsen ist. Natürlich ist vor allem im Gespräch Victoria 3 und ein neues Rome, ein neues antikes Spiel. Victoria 3 haben sie offiziell schon gesagt, dass es das nicht geben wird. Aber bei denen weiß man nie. Also, das Video ist auch nicht so super seriös, wo sie das angekündigt haben. Das kann auch eine Troll-Aktion gewesen sein. Ich weiß es nicht. Interessant ist, es gibt, wie bei allen Neueinkündigen, gibt es so fiese Teaser-Aktionen, die sie jetzt gerade gestartet haben. Im Forum von Paradox findet ihr das jeden Tag. Da gibt es einen so einen Mini-Teaser und wir können uns das mal angucken. Der dritte Teaser war der erste, der so ein bisschen inhaltlich wurde. Und da hat Johann Andersen geschrieben, there will be minorities. Es wird Minderheiten geben in dem Spiel. Und das ist insofern ein ziemlich fieser Teaser, weil es eigentlich genau eine Spielereihe gegeben hat, wo das irgendwie eine Relevanz hatte. Und das ist Viktoria, die Minderheiten in gewissen Provinzen. Und dass er dies als dritten Teaser bringt, ist wirklich fies, wo sie doch gleichzeitig vorgesagt haben, es wird kein Viktoria geben. Insofern, da aber das so offensichtlich ist, dass das ein Bezug zu Viktoria ist, würde ich das eher als Indiz zählen, dass es tatsächlich nicht Viktoria ist. Weil sonst würden sie im dritten Teaser jetzt schon wirklich das Spiel relativ deutlich ankündigen. Man weiß es nicht. Also, man kann da stundenlang drüber spekulieren. Ich muss sagen, wenn ich Entwickler wäre, würde ich vermutlich mein Herrschaftswissen auch so ausnutzen. Und ich glaube, die haben ein köstliches Vergnügen damit, jetzt zu beobachten, wie das Forum durchdreht und sich gegenseitig fertig macht, was das wohl sein könnte. Der nächste Teaser, der kam heute, finde ich auch sehr witzig. Spelling the name of the game is rather easy. So, das ist eine spannende Frage. Also, wenn man von Rome oder Viktoria ausgeht, was ist denn einfacher zu schreiben oder zu buchstabieren? Rome? Tja, also im Englischen klar, aber dieses stumme E hinten, ist das jetzt einfach oder ist dann Viktoria 3 nicht vielleicht einfacher? Weil Viktoria kann man im Englischen nur mit C schreiben. Möglicherweise auch was ganz anderes. Um ehrlich zu sein, mir ist es eigentlich ziemlich banal. Ich finde beide Sachen großartig. Wenn die kommen würde, ich würde auch ein kalter Kriegsszenario toll finden. Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre ein historisches Spiel. Also, es ist ja durchaus denkbar, dass sie mit ihrer Engine, sie haben ja Sci-Fi gemacht, dass sie auch in den Fantasy-Bereich gehen werden. Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht. Ich hoffe auf irgendeinen neuen historischen Teil. So, mehr will ich mich jetzt nicht beteiligen. Ihr könnt das gerne selbst noch tun in den Kommentaren. Ich will noch eine andere Sache sagen. Genau, wenn ihr wissen wollt, was an dem Wochenende so passiert, dann folgt mir doch auf Twitter. Ich werde Twitter an diesen 3-4 Tagen sehr intensiv nutzen, um einfach so News-Splitter rauszuhauen, atmosphärisches, Eindrücke und so weiter. Da könnt ihr relativ nah dabei sein. Also, das wird viel intensiver sein, als ich sonst Twitter nutzen werde. Also, wenn euch das interessiert, dann folgt mir doch dort auf Twitter. Wobei ich natürlich nicht diese Geheiminformationen am Freitag auf Twitter verkündigen würde. Das wäre in der Tat Selbstmord. Den werde ich nicht begehen. Gut, als letztes, nee, als vorletztes, nee, als drittletztes. Oh mein Gott, ich habe so viel zu sagen. Ich habe die Gelegenheit, am Wochenende mit allen Entwicklern zu sprechen, der großen Paradox-Spiele. Also, Dan Lindt, Henry Farias und so weiter, Martin Anwart, Johann Andersen. Und wenn ihr, oder ich würde euch sogar bitten, habt ihr Fragen zu all euren Spielen? Also, von Europa, Nuzales bis Hearts of Iron, Crusader Kings, Stellaris. Habt ihr Fragen? Also, ich bin sozusagen euer Sprachrohr. Ich möchte mit denen halt kleine Interviews machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es als Video mache oder einfach nur aufzeichne. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, einfach eure Fragen weiterzutragen. Hier mich als Sprachrohr der Community da hinzugeben, gewissermaßen. Also, schreibt in die Kommentare eure Fragen zu den Spielen, die ihr schon immer mal beantwortet habt. Wenn sie irgendwie sinnvoll sind und wenn sie nicht da, keine Ahnung, daraus bestehen, zu flamen oder zu sagen, warum macht ihr so scheiß Spiele, dann werde ich sie stellen. Also, schreibt rein, was euch interessiert. Ich nehme das mit nach Stockholm. So, was würde ich noch sagen? Ja, ich hatte gesagt, dass ich nach der PDX-Con einen Livestream mache. Der Herrenabend fällt jetzt am Freitag wieder aus, wegen Stockholm. Aber ich will in der Woche drauf das Nutzen, eine Sonderausgabe von Steinweins Herrenabend. Können wir mal gucken in meinem Programmkalender, den ihr übrigens, den Link findet ihr in jeder Videobeschreibung, jedes Videos. Und da habe ich bisher geplant, hier am 22. Abend den Herrenabend zu machen als Sonderausgabe zu PDX-Con, wo wir quasi im Gespräch Fragen klären können, wo ich euch erzählen kann, was meine Eindrücke waren und so weiter, wo wir über die neuen Spiele reden können. Allerdings, ich muss eine einschränkende Sache machen. Sie haben jetzt schon angekündigt, dass es weitere Sperrfristen gibt für zusätzliche Informationen, die wir am Freitag bekommen zu den verschiedenen Spielen. Und diese Sperrfristen sind noch nicht bekannt. Klar, es wird dann am Sonnabend zwar erzählt, dann und dann das Spiel kommt, aber wir bekommen ja am Freitag schon nähere Informationen und die dürfen wir ja noch nicht sofort raushauen, sondern diese Sperrfristen enden erst im Laufe der Woche. Insofern kann es sein, dass ich aus diesem Grund das am 23. oder 24. machen werde. Es macht einfach keinen Sinn, so einen Livestream zu machen, wenn ich die Hälfte der Informationen nicht weitergeben kann. Also, das werde ich dann nochmal konkret ankündigen, wenn es soweit ist. Ich werde es jetzt erstmal am 22. hier stehen lassen, aber ihr wisst schon mal Bescheid. Gut, das war im Prinzip alles zur PDX-Con. Ich will ganz am Schluss einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, euch noch auf etwas ganz anderes hinzuweisen, denn ich war vor kurzem zu Besuch bei einem YouTube-Kollegen namens Smart Tactics, den ich schon länger kenne, den ich auch schätze, der ein bisschen andere Spiele macht, aber auf eine sehr, wie soll ich sagen, angenehme, seriöse, wohlformulierte Art und Weise. Und der hat so ein kleines Podcast-Format und hatte mich eingeladen zu einem sogenannten Tresengespräch. Und da sprechen wir so eine Stunde über YouTube. Einiges aus dem Nähkästchen, paar Hintergrundinformationen vielleicht auch zu meinem Kanal, meinem Werdegang. Falls euch das interessiert, schaut da mal rein. Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, das war es jetzt wirklich, was ich sagen wollte. Ich freue mich auf die PDX-Con und auf alles, was dann kommen wird, denn ich glaube, das wird das Jahr prägen, was wir dort erleben werden. Also in diesem Sinne, macht's gut, euer Steinballen.